Geschichten aus dem Paulaner Garten Entschuldigung, mir ist verdammt schlecht. Könnten Sie mir was bringen, wo ich reinkotzen kann? Was? Verdammt nochmal, Sie sollen mir was bringen, wo ich reinkotzen kann. Drei Paulaner Weißbier zum reinkotzen, bitte. Wieso jetzt drei? Das Paulaner schmeckt so scheiße, ich muss auch schon kotzen. Was hätte ich hier in den Ausschnitt gekotzt? So ist es. Schlecht, schlechter, noch schlechter, am schlechtesten. So schlecht, dass unten der Platz ausgegangen ist. Paulaner Geschichten aus dem Paulaner Garten Er hätte gern drei Paulaner Weißbier mit ohne Schaum. Wieso jetzt mit ohne Schaum? Blöde Frage, es schmeckt eben besser. So ist es. Gut, besser, mit ohne Schaum.